Hallo und grüß miteinander, mein Name ist Michael Kuhl, ich bin zu 100% dargestellt als Linux System Ingenieur. Ich habe mit einem Kollegen zusammen letztes Jahr noch eine eigene Firma gegründet, in der wir innovative Lösungen und Consulting implementieren. Vidu Innovation, darum der Kunstname der Firma Viduino. Wir haben zum Beispiel gerade letztens beim KMU eine zentrale Log-Lösung gebaut, die im Gegensatz zum kommerziellen Produkten auf dem Markt keine Mehrkosten entstehen bei grösseren Datendurchsätzen. Was wir auch machen, wenn wir nicht gerade Auftragsarbeiter machen, sind zahlreiche von unseren Ideenversuchen umzusetzen. Und jetzt haben wir im Januar die Plattform gelauncht, den Wissenstausch.ch. Wissenstausch.ch ist eine Kursplattform, wo wir Wissen gegen Wissen tauschen, und zwar gratis. Das heisst, Herr Müller ist Fotograf. Er erklärt sich, am Abend an einer Gruppe von Leuten einen Fonte-Grundkurs zu geben und kommt dafür die Punkte über. Und er selber kann dann mit diesen Punkten einen anderen Kurs auf der Plattform besuchen, zum Beispiel Mathematik-Refresher-Kurs für Kinder im Schulalter oder ein Linux-Grundkurs. Also die Idee ist einfach, Wissen gegen Wissen zu tauschen. Man muss zu sagen, initial, wenn man sich anmeldet auf der Plattform, muss man 10 Franken zahlen. Aber bei diesen 10 Franken sind schon 8 Punkte dabei, wo es 4 Stunden Kurs entspricht. Das heisst, man kann sofort loslegen und kann den ersten Kurs suchen, bevor man selber etwas geben muss. Und nachher ist wirklich die Idee, dass man selber Wissen weitergibt und so die ganze Plattform gratis ist. Wir haben im Januar das Ganze gelauncht und haben auf einem grösseren Kollegenkreis eine Werbung gemacht und haben jetzt doch schon eine stadtliche Anzahl an interessante Kurs zusammen und werden dann jetzt anfangen mit dem Marketing. Und wenn ihr die Idee cool findet und auch Kurs anbietet, Vorträge machen, die Workshops, Egal aus welchem Bereich, sei es Kochen, sei es Badewechsel bei Mento. Das sind alles mega gesuchte Kurs. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch die Idee unterstützen. Und ja, ich wünsche euch jetzt den guten Guten. Ich mache es kurz und dann schönen Tag.